Wir waren neulich bei einem befreundeten Pärchen eingeladen, die ihr erstes Kind bekommen haben. Kim. Sagt meine Frau, Kim, wie der nordkoreanische Diktator. Gut gewählt, so wie der brüllt. Ich fand's lustig. Die junge Mutter. Ein bisschen angepisst, sagt zu meiner Frau, Kim ist ein Mädchen. Und meine Frau, ein Mädchen. Naja, endlich mal nicht so ein affischer Name wie Leonie. Hat die Kim noch einen zweiten Namen? Ja, wir wurden seitdem nie wieder eingeladen, aber jedes Mal, wenn wir uns an die Geschichte erinnern, lachen wir uns tot. Gemeinsamer Humor verbindet. Comedy aus Hessen? Ja, Comedy.